Das ist deine Mutter. Komm nach vorne, Leroy. Komm nach vorne. Jawohl, David. Oh, schade. Jetzt gibt es wieder Rudelbilder. Und wir werden Analysefotos machen. Jawohl. Oh, toll. Schade. Komm, David. Oh, da geht noch was. Hilf mir, Matze. Ja. Wo steht der Stimme im Kopf? Schön, wenn einer da wäre. Ja, natürlich nicht drin. Jetzt will ich mir nicht aufkommen. Ja, ja. Herrlich, Herrlich, Herrlich. Schön. Oh, nein. Jawohl. Und jetzt nach vorne. Geh. Jawohl. Sehr gut. Oh, toller Schuss. Oh, schade. Das war super. Dranbleiben. Dranbleiben. Holt ihn euch. Kicke, komm. Oh, verweilen. Schnapp ihn dir. Oh, der läuft und läuft und läuft, der Matze. Super, Matze. Sehr gut gemacht. Danke. Einmal, da steht ich mir. Super, Anna. Nein. Sehr gut. Kicke, gut den Ball geholt. Ja, super. Pass auf, da. Sehr gut. Sehr gut, dranbleiben! Sehr gut, David! Und Papa macht Aufnahme. Ja, eindeutig. Dreiecken, ein Elfer. So, wahrscheinlich, wenn ich jemanden jetzt meine Videos zeige, die wollen wissen, wer das der Mann ist, neben dir schreit ganze Zeit, das zeige ich mir. Das ist ein Peter. Das war eine gute Flanke gerade. Ja, aber muss ja immer da sein. Bisschen zu weit war die Flanke, die war schon fürs große Spielfeld. Unser Sohn ist noch nicht dabei, der kommt gleich rein. Der ist der Joker. Der Joker, ja. In den letzten Minuten kommt er rein und er schießt zwei Toren. Ja, genau. Drauf, halt ihn! Sehr gut! Ja, ein guter Torwart immer bringt, das ist ein schönes Spiel. Beide. 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 Ja, sehr schön die Ecke. Richtig gemacht. Beide. genau das ist die chance schade aufpassen auf die jungs sehr gut kommt dran und euch den ball ja du hast ihn Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Ja, toll! Ja, toll! David! Die spielen gerade so gut, weshalb wechselt sie nicht. Jawoll! Jawoll! Weiter dranbleiben! Kicke! Lauf, David! Lauf, lauf! Lauf, lauf, lauf! Lauf, lauf, lauf! Schön von hinten eingekriegt! Ein Schuss von hier, bitte! Bitte? Gibt's auch noch! Sehr nett! Kicke, ein bisschen zurücklehnen! David, wo willst du denn da hinten hin? Die schießen ja Freistoß. Die haben vorhin gesehen, wie das Tor kommt da rein. Jetzt! Jawoll, David, komm! Cool! Ah, einer aus! Hör mir den Scherf! Immer diese Grätscherei! Hör mir den Scherf! So, Janis, drauf da! Der wird weiter! Jetzt geht's los! Jetzt ein Schuss, Kicke! Schade! Schade! Toll gemacht! Schießt du da rein? Ich schießt der Trainer, glaube ich. Schade! Schade! Pass auf! Vorne! Schade! Schade! Sehr gut! Reitermachen! Komm! Jetzt habt ihr die Chance! Genau! Super! Komm! Halt! Einfach Spaß! Sehr gut! Jungs! Sehr gut! Jungs! Ja! Das ist eine echte Bank! Jawoll! Zusammen! Nach vorne! Also die Kids haben besser Kondition als ich! Da muss ich sagen! Weiter! Zurück! Janis! Drauf da! Jawoll! Sehr gut! Und nach hinterher! Die kriegst du, David! Komm! Jawoll! Schade! Jawoll, David! Weiter! Weiter! Auf den Ball! Ihr könnt ein Tor machen! Ja! Sehr gut! Klasse, Levi! Sehr gut! Schade! Wechsel! Randa! Jawoll! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Immer aktiv! Also 8 Minuten, oder? Keine Ahnung! Ich stehe von ihr! Ah ja! So jetzt aber! Chance! Und Schuss! Okay! Weiter gucken! Kike, bleib dran! Mann! Wack Sie schneller! Weck ihr check! Laufen! Laufen! DasWarum! Herrlich! Dann hätte sie schon gestochen. Danke. So, jetzt aber. Komm, angreifen. Komm, Janis, jetzt hast du eine Chance hier. Okay, sehr gut, Levi, toll, dranbleiben, nochmal, super, Levi, dran, Levi, und, jawohl, die habe ich im Kasten, das ist gut, komm, Janis, auf geht's, weitermachen, forst Tor. Sehr gut, schön, weiter, lauf weiter, lauf weiter, Levi, schieß nach vorne, er hat wieder abgespielt eben noch. Ja, das ist schön, ohne Tor, aber so gut. Ja, tolles Spiel, tolles Spiel, gar nichts. Gleichgewicht, ne? Ja. Ja. Weiter geht's, Kicke, auf geht's. Sehr gut, weitermachen. Komm, ihr habt noch eine Chance, Jungs, komm, weiter. Auf geht's auf. Jetzt freust dich. Freude hoch, freude hoch. Okay, fang an, vor das Tor. Weiter, Janis, hinterher, schnapp ihn dir. Komm, jawohl. Jetzt machen wir das. Ebenmal stören. Und vor, da ist die Zukunft, seit Jahrhundert, jetzt kommt noch so gut, ich bin gleich. Wir sind zu spät, Trainerin. Sehr gut, du gehst nach vorne, komm, ihr macht das. Jawohl, Matt. Super machst du das, David. Ist aber auch dabei. Weiter, weiter. Jawohl, sehr gut. Komm, dranbleiben. Schade.